Das stimmt. Joachim Löw, klasse Spiel, trotzdem verloren, die EM ist vorbei. Warum hat es aus Ihrer Sicht nicht gereicht? Ja, trotz allem jetzt ein riesen Kompliment an die Mannschaft, weil wir haben heute wirklich auch, glaube ich, besser gespielt als die Gegner. Wir haben fast keine Chance zugelassen. Wir waren klar Feldüberlegen, wir haben wahnsinnig viel investiert, sind dann vielleicht durch eine unglückliche Aktion in Rückstand geraten, kurz vor der Halbzeit. Aber ich denke, dass wir trotzdem ein klasse Spiel gemacht haben. Ich habe mit Oliver Bierhoff vor dem Spiel gesprochen, habe ihn gefragt, wie oft Sie denn schon über eine mögliche Niederlage eventuell auch gesprochen haben. Da hat er gemeint, gar nicht. War das überhaupt keine Option? Natürlich im Vorfeld nicht. Wir waren überzeugt, die Mannschaft ist auch sehr dominant aufgetreten, hat wirklich auch eine mächtige Körpersprache gehabt in diesem Spiel. Die Franzosen, die waren ja zurückgedrängt in die eigenen Hälfte, die waren ja auch sehr, sehr ängstlich. Und wir haben das Spiel eigentlich insgesamt klar dominiert. Klar, wir haben jetzt kein Tor gemacht, das ist natürlich enttäuschend. Alle Spieler sind riesig enttäuscht, aber wie wir das Spiel angegangen sind, das war schon auch mit viel Kraft, mit Mut, mit Selbstbewusstsein und mit großer Stärke. Vielleicht gehen wir mal chronologisch vor. Anfangs gab es noch ein paar kleine Schwierigkeiten, aber dann ist das Team immer besser ins Spiel gekommen. Es gab aber dann wieder so eine etwas längere, überlegene Phase auch der vergebenen Torchancen. Also Can, Müller, Schweinsteiger. Warum oder ist es unmöglich, in einer solchen Phase der Überlegenheit auch mal ein Tor zu erzwingen? Weil wenn Sie in Führung gehen, dann wird das ein völlig anderes Spiel. Ja, absolut. Natürlich, wenn man in Führung geht. Aber zum einen hat der Torhüter natürlich auch gut gehalten. Klar, wir haben ein paar Chancen vergeben. Die kann man ja irgendwie nicht erzwingen, die Tore. Ja, entweder sie fallen oder man hat auch ein bisschen Glück oder eben nicht. Heute hatten wir jetzt nicht das Glück auf unserer Seite. Wir hatten ja auch in der zweiten Halbzeit noch mal ein paar große Möglichkeiten. Aber, ne? Kann keiner mit einem Vorwurf machen. Dann gab es den Elfmeter. Bastian Schweinsteiger, Hand. Vielleicht gucken wir in die Szene noch mal rein. Also ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Den muss man geben. Ja, wahrscheinlich muss man ihn geben. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist die Regel natürlich auch. Ja, immer wahnsinnig schwierig irgendwie zu interpretieren. Ich meine, der Bastian geht mit dem Kopf natürlich auch zum Ball. Klar, auch mit der Hand. Aber das ist ja auch irgendwie eine unglückliche Aktion. Das Spiel ist so ein bisschen gekippt, als Jérôme Boateng vom Platz musste. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ja, klar. Natürlich hat er gefehlt heute dann in der Schlussphase auch hinten drin. Natürlich ist man mit ihm sehr, sehr stabil. Wir hatten ja eben auch noch Ausfälle von Hummels, von Gomez, von Kedira. Jetzt auch noch Boateng. Das sind natürlich wichtige Stützen in der Mannschaft. Und wenn man dann im Rückstand ist und man hat so einen Spieler, der dann eben auch noch verletzt raus muss, das ist natürlich für die Mannschaft auch schlecht. Die Mannschaft hatte bis dato im Turnier noch kein Gegentor aus dem Spiel herauskassiert. Das hat sich dann in der 72. Minute geändert. Da war es Antoine Griezmann, der das 2 zu 0 für die Franzosen erzielt hat. Da gab es Nachlässigkeiten in der deutschen Defensive. Kann man dagegen was machen? Kann man das verhindern? Ja, man hätte natürlich schon können, den Ball vorher anders draus spielen. Das ist natürlich auch klar. Der Manu kommt gerade noch dran. Man darf natürlich auch ihn nicht flanken lassen, den Spieler außen. Logisch. Ja, und da hätte man müssen natürlich eine andere Lösung finden. Weil da sind die Franzosen vorne, da muss man den Ball vielleicht auch mal wegspielen. Die haben es sonst super gemacht, wie wir hinten rausgespielt haben. Aber in dem Moment hätten wir natürlich auch den Ball müssen wegschlagen. Sie haben dann noch alles auf die offensive Karte gesetzt, die Räuser nähe gebracht. Es gab auch noch etliche wirklich gute Chancen, aber auch die sind wieder verpufft. Das ist doch zum Verrücktwerden. Wir haben heute viel riskiert und wir wollten von vornherein viel riskieren. Wer viel riskiert, der läuft auch mal Gefahr zu verlieren. Aber wer nichts riskiert, der hat schon von Anfang an verloren. Also wir haben schon auch, glaube ich, alles versucht. Die Chancen sind jetzt heute nicht rein. Aber die Mannschaft hat bravourös gekämpft. Wenn Sie ein Fazit ziehen wollen unter dieser EM, auch vielleicht jetzt mal im Hinblick auf Thomas Müller, der in sechs Spielen jetzt nicht einen Treffer gemacht hat, der hat in Iviant die Woche sehr eindrucksvoll gesprochen, aus dem Seelenleben eines Fußballprofis berichtet, von der mentalen Belastung, die er auch empfindet. Gibt es da einen Zusammenhang? Das weiß ich jetzt nicht, ob es bei dieser EM-Zusammenhang gab. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Spieler natürlich alle drei, vier Tage spielen, auf einem ganz hohen Niveau. In den Vereinen sind sie wahnsinnig gefordert. Dann kommen natürlich immer die Turniere. Dieses Jahr ein Turnier, nächstes Jahr 2018, eine kurze Sommerpause, eine kurze Vorbereitung. Dann sind sie wieder unter Druck, natürlich auch in den Vereinen. Das über Jahre hinweg. Klar, dass da mal Spieler gibt, die dann auch vielleicht mal irgendwie ein Tief erleben und natürlich auch mal vielleicht mental ein bisschen schwächer sind. Und generell die EM? Ja, die EM war für uns sicherlich trotz allem jetzt, glaube ich, gut. Wir haben gute Spiele gemacht. Die Mannschaft hatte einen unglaublich guten Zusammenhalt. Wir haben wirklich auch viel, viel Leidenschaft gesehen bei unserer Mannschaft. Wir haben klasse trainiert. Wir haben viel investiert, viel Vorleistung gebracht vor den Spielen. Und so gesehen, muss man sagen, sind wir alle natürlich wahnsinnig enttäuscht, dass wir ausgeschieden sind. Aber letztendlich glaube ich, dass wir ein gutes Turnier gespielt haben. Ich finde es natürlich auch ein bisschen klar. Darüber kann man ja diskutieren. 24 Mannschaften, das finde ich zu viel. Die WM wird auch aufgestockt auf 40 Mannschaften. Es werden immer mehr und immer mehr. Am Ende hat es Portugal ins Finale geschafft mit, glaube ich, fünf Unentschieden. Und die stehen jetzt im Finale. Okay. Die Spieler, die auch Champions League spielen, die haben kaum noch Pause. So ist das. Ja, klar. Auf Dauer ist das schon auch ein Problem, wenn man das mal über Jahre hinweg sieht, wenn sich das summiert und so weiter. Die Spieler sind natürlich auch viel unterwegs, auf Reisen, viel in Hotels, im Trainingslager. Das ist natürlich schon klar. Manchmal spürt man auch, wenn das so weitergeht, das ist für den Fußball nicht gut, weil darunter leidet auch die Qualität am Ende. Wie geht es denn mit Ihnen jetzt kurzfristig persönlich weiter? Wie lange dauert das, bis Sie sich von diesem ersten Schreck jetzt erholt haben? Weiß ich auch nicht genau. Wird sicherlich ein bisschen dauern. Aber, ich gehe davon aus, am 31. August sehen wir Sie auf der Bank im Spiel gegen Finnland. Denke mal. Alles Gute. Vielen Dank, Joachim Löw. Dankeschön. Danke Ihnen, Kollege. Vielen Dank.